Auf diesem Video hier schiebe ich gerade meine Splitt-Klimaanlage, meine mobile Splitt-Klimaanlage von der Firma Remco, die RKL495DC durch mein Dachgeschoss. Auf Prima Klima Playlist 2024 klickt, dann geht die auf und dann findet ihr auf dieser Playlist zum Thema Klimaanlagen, Klimageräte und so weiter über 100 Videos. Wir sind im Moment bei 104. Es wird momentan angeboten von einigen Händlern, die Medea Porta Splitt, allerdings mit unverbindlichem Lieferzeitpunkt, für unter 1.000 Euro. Das heißt also der Straßenpreis, sag ich mal, ist jetzt schon unter 1.000 Euro und das wäre sensationell und da müsste sicherlich Remco nacharbeiten. Denn wenn ich hier, wenn die alles das kann, was hier beschrieben wird und ich zahle fast nur die Hälfte dafür, dann muss die Firma Remco da wirklich nacharbeiten, denn da werden sich natürlich dann sehr viele Leute für die Medea entsprechend entscheiden. Aber nochmal, wir müssen erstmal gucken, wenn sie rausgekommen ist und ob dann auch alles so funktioniert, wie es jetzt hier propagiert wird. Hier sind nochmal alle Zusammenfassungen ganz interessant. Hier könnt ihr euch nochmal die einzelnen Fotos entsprechend anschauen. Wir haben hier ein EU-Datenblatt, das ihr euch runterladen könnt per PDF. Hier sind nochmal die Daten drin. Und was ich auch ganz interessant finde, Datenblatt und Bedienungsanleitung. Das heißt, ihr könnt euch das Datenblatt runterladen, die Kurzanleitung runterladen und das komplette Handbuch könnt ihr euch runterladen.